Hallo und herzlich willkommen in Vambelskernauer W.E.G. Heute ist für mich Imperiale Armeetag, hätte ich fast gesagt. Und wir starten heute mit einem meiner liebsten Funbücher zur Imperialen Armee. Weder die Kolizees, die links und rechts stehen, sind heute interessant, sondern das kleine Taschenbuch in der Mitte. Tatsächlich ein Taschenbuch. Dieses Wund, welches wunderbar in die Beintasche einer Uniformhose passt. Und zwar den Imperial Infantryman's Handbook. Diese Publikation umfasst zwei vorher separat erschienene Werke, und zwar das Imperial Muniziorum Manual und der Imperial Infantryman's Uplifting Primer. Als dieses Büchlein erschienen ist, habe ich es versäumt mir zu holen. Das kostete da zu dem Zeitpunkt schon 40 Euro. Und ich habe es dann über Amazon noch bekommen. Zum Glück für nur 50. Wie immer, die Black Library hält es nicht für nötig, und das finde ich äußerst schade, solche Publikationen längere Zeit am Leben zu halten. Die wissen ganz genau, dass ihr Zeug weggeht wie geschnitten Brot. Und solche Sachen, die gehen immer. Die machen halt eben das, was GW ihnen vorgibt. Und das bedeutet, es wird eine Charge produziert unter Umständen, und wenn die aus ist, ist sie aus. Deswegen erleben wir auch immer so tolle Sachen wie diese kleinen, netten Geschichten mit den Starterboxen oder Fraktionsboxen, wenn eine neue Fraktion rauskommt oder die Fraktion upgedatet wird für die aktuelle Edition, dass dann binnen 24 Stunden normalerweise nichts mehr verfügbar ist. Hier war es genauso. Ich habe es nicht geschafft, an dem Tag mitzubestellen, und muss dann lange suchen, bis ich wieder rankam. Ich finde es schade, aber gut, da muss man durch. Kommen wir zum Buch. Hier unten haben wir das Black Library Symbol natürlich. Dies ist kein Hardcover, dies ist ein weiches. Ich kann das also wirklich auch verwinden. Das ist so eine Art Kunstleder. Gummiert, würde ich sagen. Fühlt sich zumindest so an. Ist tatsächlich sogar ein bisschen wasserabweisend. Ja, es ist mir schon passiert, eine Flasche Selters ist mir drüber geflossen. Hat es gut überstanden. Man sieht nichts. Eine dieser Nettigkeiten, die es für mich lebendig machen, hier unten wieder. Das Document must not fail into enemy hands. Fail to ensure that document self-keeping carries the penalty of death. Verlierst du das Buch, wirst du erschossen. Und sollst du nicht in der Lage sein, dieses auf Aufforderung eines Vorgesetzten vorzulegen, jederzeit wirst du erschossen. Gemäß Befehl des Departmento Muniziorum. Steigen wir mal ein. Da dieses relativ stark ist, werden wir auch einige Seiten ein bisschen überblättern. Ich gehe halt eben auf die für mich interessantesten Sachen ein. Hier steht auch das drin, was ich schon angesprochen habe. Alle Truppen haben hiermit ihre Ausführung des Imperial Munizior Manual und Imperial Infantryman's Uplifting Primer abzugeben, weil es gegen diese Ausführung getauscht wird. Ich habe tatsächlich das Imperial Infantryman's Uplifting Primer in seiner ersten Ausgabe. Das habe ich zu Hause. Das Imperial Munizior Manual habe ich damals nicht mehr bekommen. Das war auch ein bisschen schwieriger teilweise. Den Imperial Infantryman's Uplifting, den gab es dann nochmal in der Damoklis-Golf-Version, als die Tau kam. Und ja, die sind dann halt, wie gesagt, hier in diesem Büchlein zusammengeflossen. Wir haben hier knapp 200 Seiten. Steigen wir rein. Das Munizior Manual beschreibt sinngemäß den Umgang mit Ausrüstung. Was kann ich bekommen? Wie kann ich es bekommen? Und was für Beispiele haben wir denn in der Truppe? Diese Seite hätte der Soldat also auszufüllen mit seinen persönlichen Daten, damit man dann weiß, wo er hingehört, wenn er schon was anfordert. Was hat er denn davon schon gekriegt, von seiner Ausrüstung? Was funktioniert davon alles noch? Das hier unten finde ich wichtig, witzig. Den Service-Record, da sollte man dann die Schlachtfelder eintragen, wo man überall mit dabei war. Ja, hier hätten wir dann die Glorious History and Organization Procedure. Dann als Beispiel das 91. kardianische Regiment. Wie komme ich an Ausrüstung und Versorgungsmittel? Wie gehe ich mit dem Material um? Dann meine persönliche Ausrüstung, die persönlichen Waffen und die Unterstützungswaffen und Regimentsausrüstung, die also innerhalb des Regiments bleibt, die nicht unbedingt direkt an den Soldaten ausgegeben wird. Dazu gibt es ja tatsächlich sogar Bestellformulare. Die sind dann weiter hinten drin. Die werden wir dann noch sehen. Wie man hier sieht, ein sinnbildliches Artwork für jeden Soldaten, der marschiert, ist im Hintergrund mindestens einer, der eine Granate herstellt. Also dieser Flowchart, wie die imperiale Armee zu ihrer Ausrüstung kommt, das wird hier so ein bisschen dargestellt. Ich weiß nicht, wer von euch die Horus-Heresi-Bücher gelesen hat. Hier wird auf einen gewissen Ignaz-Kakasi eingegangen. Ich lasse das mal so stehen. Das sind dann wieder so Fun-Facts, die dann auf den Horus-Heresi-Romanen aufbauen. Das war einer von den Schreibern, die mit den Space Marines losgeschickt worden sind, um die Welteroberung und diese Feldzüge niederzulegen vor der Horus-Heresi. Und der hat auch ein paar Dinge erlebt und hat auch von der Garde damals was mitbekommen. Selbst der wird hier zitiert. Die Hierarchien und Strukturen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Hier hätten wir dann den Flowchart des Departmentors, die unterstehen halt direkt der Führung des High Lords, unterstehen die direkt, haben ihr eigenes, unterstehen auch nicht direkt dem Administratum, sind also mehr oder weniger eigenständige Strukturen, tauschen sich mit dem Adeptus Mechanicus halt aus. Irgendwer muss ja die Ausrüstungsstätten warten und pflegen und auch die Panzer bauen. Dann die Aufteilung nach dem jeweiligen Segmentum, wo die Fabrikwelten auch sind. Das wird dann nochmal in die Sektoren unterteilt, dann in den Subsektor und dann kommen wir auf den Planeten. Nach diesen Flowcharts funktioniert auch die Imperiale Armee, was die Rekrutierung betrifft. Wie ich bereits das schon in einem anderen Video erwähnt habe, fängt man ja bei der PVS an, wenn man mit der Rekrutierung startet und zieht dort die besten Truppen raus. Hier hätten wir eine Regimentsorganisation. Das hatte ich ja in einem anderen Buch schon mal gezeigt. Das hat sich nicht viel geändert. Wir reden hier von mehreren Infanteriesquads, die dann einem Zugführer unterstehen, also einem Platoonleader mit seinem Führungstrupp. Mehrere davon bilden die Kompanie. Da gehört der Käpt'n rein. Im Deutschen ist es der Hauptmann mit dem Kommissar. Und mehrere davon unterstehen dann dem Regimentskommandeur, wo der Regimentskommissar dann dazugehört. Also wenn man es auf die Spitze treibt, könnte man quasi in jedem Zug einen Kommissar stecken. Ist für mich bei der Imperialen Armee nicht tragend. Also ein Kommissar, der auf Zugebene sich mal mitbewegt, okay, ja, ist in Ordnung, würde ich aber nicht in jeden reinstopfen und dann halt eben auf Regimentsebene, wie wir das halt von Cypher's Kane kennen als Beispiel. Oder auch Severina Reign. Die ist ja in ihrem Regiment auch alleine. Und ja, um nur ein paar zu nennen, die wir über die Romane halt kennen. Severina Reign gibt es ja auch tatsächlich als Modell. Gibt es die noch offiziell? Ich bin der Meinung, man hat sie wieder rausgenommen. Das war mal so ein Sondermodell halt. Dann hätten wir den General Staff da drüber, also die Generäle, Lord Marshal, Captain General, wie auch immer die genannt werden. Diese haben dann Verbindungen auch zu anderen Nicht-Regiments-Unterstützungsarten, wie dem Astartes, der Inquisition, dem Assassinorum. Das ist hier ein bisschen doof dargestellt, weil die Inquisitioner, das Assassinorum, schlagen ja unabhängig von der Imperialen Armee irgendwo auf. Und die Space Marines machen ja mehr oder minder auch das, was sie wollen. Hier wird dann auch nochmal erklärt, wie die Kardianer zum Beispiel ein Regiment aufbauen, diese strukturieren. Da hätten wir dann hier auch nochmal das klassische Bild. Links der normale Standardinfantrist von Kardia und rechts ein Kasachin. Die Kasachin sind vergleichbar mit den Science, mit den heutigen. Also schwere Infanterie, die auf Kardia selber ausgebildet worden sind. Die Kasachin gelten als Elite-Schock-Truppen, die also auch von Valkyren aus eingesetzt worden sind, mehr oder minder auch Freifaller, Fallschirmsprenger. Ich glaube hier in dem Fall dann mit Jetpacks. Die waren nicht am Modell dran, es gab aber Regeln dafür. Kann man sich heute, ja, wie gesagt, heutzutage gibt es halt die Tempesti, oder Science und die haben die komplett abgelöst. Die gibt es jetzt auch nicht mehr als Modell. Habe ich noch einen 10er-Trupp, die habe ich mir jetzt zu Inquisitionsgardisten umgebaut, also umgemalt. Da hätten wir das Basic-Equipment, die Koppeltragehilfe mit Magazintaschen und Ausrüstungstaschen, die Laserwaffen-Magazine, also Batterie-Packs, Handgranaten, das Lasergewehr und die Seitenwaffe, wie man so schön sagt, noch eine Pistole, die mit denselben Batterie-Packs befeuert wird für den Notfall. Ja, ohne Mampf kein Kampf, auch das wird hier dargestellt, aber bei dem Truppenkoch, da würde ich nur im äußersten Notfall essen, der sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus, wer weiß, wo der seine Sachen herholt. Auch so leicht zynisch, getting you the things you need. Wer schon einmal mit irgendwie, mit Behörden zu tun hatte, der weiß, da klappt nie was, so wie es soll. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. Requisition of Equipment and Supplies. Hier hätten wir dann tatsächlich einen Anforderungszettel, mal als Beispiel ausgefüllt. Was will er haben? Ja, ein Lasergewehr mit der Seriennummer, bla 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 bla. Ich hätte gern eins. Warum will er neues? Mein letztes Lasergewehr ist kaputt gegangen und hat nicht gefeuert. Es war verdreckt mit Asche und als ich versucht habe, es zu reparieren, zu reinigen, ist es kaputt gegangen. Warum ist es? Wofür wird das normale Verwärte verwendet? Um auf den Gegner zu schießen. Routine used to which the kit will be put. Wie hat man es verwendet? Wie oben beschrieben. Außer manchmal für Bayonett-Attacken. Das ist typisch deutsch. Das könnte ich mir auch hier durchaus vorstellen, solche Sachen. Und dann hier musste das der Kernel sogar tatsächlich unterschreiben. Soll er es wirklich bekommen? Er ist mir persönlich bekannt und er hat es beim Reinigen kaputt gemacht. Er braucht ein Lasergewehr und hiermit unterstütze ich diese Neuzurteilung. Ja. Ich glaube, jede Armee dieser Welt wird mit solchen Formularen sich auskälten und jeder Soldat, Ex-Soldat wird sich über dieses Ding hier wirklich schäckig lachen. Ich finde es schon lustig. Wie bekomme ich denn jetzt neue Sachen? Haben wir hier einen Flowchart? Ist der Kit, ist dieser Ausrüstungsgegenstand reparabel oder nicht? Ja? Ja, dann bringst du den Spezialisten, lass es reparieren. Hier oben. Geh zu einem vorgesetzten Offizier und bitte ihn darum, die neue Ausrüstung zuteilen zu lassen. Hat er dir die Erlaubnis gegeben? Ja. Ah, alles klar. Dann füll die Papiere aus. Hast du es richtig ausgefüllt? Ja. Ah, alles klar. Dann gib es doch mal beim nächsten Mitarbeiter das Departmento Munizierung ab. Ist da ein Offizier, der dir da hilft? Ja. Hast du alles richtig ausgefüllt? Ja. Alles klar. Gib die Papiere ab. Ja. Und dann erwarte das Urteil. Und dann geht es hier unten, füllst die Departmento weiter. Ich finde das toll. Das ist so stumpf. Ja, wie kommen wir an Supplies? Ja, die könnte man ja einkaufen gehen. Beim örtlichen, lokalen Händler. Oder man erpresst es einfach. Also, wer sich da mit den früheren Kriegen auskennt, verbrannte Erde und so, ne? Wie komme ich an Ausrüstung während des aktiven Dienstes? Kern-Mentals of Departmento Munizierung Equipment. Wie gehe ich damit um? Wie pflege ich das? Was sollte ich nicht machen? Zum Beispiel meine Ausrüstung modifizieren. Wie hier diesen Rucksack. Das ist gefälligst so, wie er ist. Der ist so entwickelt worden, dass der funktioniert. Ja, ja. Militärische Ausrüstung. Und die funktioniert immer. Ja, logisch. Durchaus glaubwürdig. Wenn ich damit schlecht umgehe, was kann mich da erwarten? Ich zeige euch das einfach nur mal kurz. Meine Englischkenntnisse, meine Englisch-Skills sind jetzt nicht so gut. Ich erkenne hier nicht, ich kenne hier nicht wirklich jedes Wort. Beziehungsweise kann es sinnvoll übersetzen. Das überlasse ich jetzt mal euch. Das Wichtigste da drin ist, was ich so rauslese, gehe gefällig ordentlich mit deiner Ausrüstung rum, sonst gibt es Ärger und der nächste Kommissar kann dich dafür entsprechend bestrafen. Du wurdest gewarnt. Wie werde ich bestraft? Tja, such sie aus, hätte ich fast gesagt. Muss man erst mal gucken, wo man hier hin. Get an information on potential crimes. Du hast Informationen über etwas, dann werden erst mal die Soldaten einkassiert. Dann wird geklärt, was sie angestellt haben und so weiter. Da hätten wir dann auch eine entsprechende Erklärung dann immer mit den Unterpunkten. Dann kommen wir zum persönlichen Equipment. Was gibt es da alles? Das hier oben ist das Messe-Kit, also Feldverpflegung, einen Kocher für die Hosentasche, verschiedene Ausführungen, Magnocolat. Ein Fernglas, danke. Microbox-Bets, also Ohrstecker, Funkgeräte, wie das hier, der Helm und die ABC-Schutzmaske und die verschiedensten Zielfernrohraufsätze, die Felduniform, die Koppel, eine Koppeltragehilfe mit ihren Taschen, und da haben wir sie wieder. Die Funkausstattung, das Medipack, Sprengladung, Scanner und was es da der Dinge nicht alles so schönes gibt. Ein Kompass, GPS, Orientation, wie nennen sie es, Orientation Gear, das Hygiene-Kit, also da sieht man dann auch direkt den Rasierapparat mit, also hier, der Rasierer mit dem Schäumpinsel, ich glaube, das soll eine ausklappbare Zahnbürste sein, habe ich so noch nicht gesehen, das Messe-Kit, also hier der Blechnapf mit Trinkbecher und dem Essbesteck, hier hätten wir dann noch die Trenching-Tools, der Klappspaten, Hammer-Axt, dann haben wir hier Kontamination, also gegen Giftgas und ähnliches, die Ausstattung, die Socken und die Stiefel, die Flackschutzweste, naja, die persönlichen Waffen, was gibt es da alles? Ja, die verschiedensten Lasergewehrvarianten, sind die untereinander kompatibel? Ja, nein, vielleicht. Die verschiedenen Magazine dafür, hier oben dann noch eine Scharfschützenausführung, die Laserpistole, Shotgun, Rippergun, also von den Orgrins, die Knarre, hier unten dann nochmal von den Gardereitern, die Sprenglanze, also ja, da vorne ist eine Sprengladung drin, Kontakt gesteuert, die Hellgun, also das HE-Lasergewehr, dazu die auch entsprechend die Pistole, Boltwaffen, also der Bolter, und die Boltpistole, auch diese gibt es hier für die Imperiale Armee, zumindest für Offiziere und Sondereinheiten, Veteranentrupps zum Beispiel, die verschiedenen Granattypen, Fragmentspreng und die Melterbombe, hier hätten wir auch die verschiedenen Kampfmesser, und dann sind wir schon bei den schweren Waffen und wie werden die eingesetzt, wie legt man dafür am besten eine Stellung an, sollte man sich vielleicht auch die Abstände mal markieren, entsprechende Schussfelder einrichten, hätten wir hier den Mörser und hier oben dann die Autogun oder Autokanone, wie wir sie alle kennen und lieben, ein schwere Maschinengewehr, der schwere Bolter, Melter, Plasmawerfer, Granatwerfer, schon wieder sind wir bei der Sniper Rifle, diesmal wohl mit Hardkern geschossen, ein Toxic Darts und was weiß ich nicht alles, schwerer Flammen, also der Flammenwerfer, die Laserkanone, die beste Anti-Tankwerfer, die es eigentlich gibt, der Raketenwerfer fehlt noch, da ist er, der Missile Launcher, und dann kommen wir zum Regiments-Equipment, was hat das Regiment? Ganz wichtig, die Bodybags, irgendwie müssen wir die Leichen ja wegpacken, das Taktiker Imperium, eine der umfangreichsten Sammlungen mit Schlachtberichten, Taktiktipps und wie gehe ich mit dem Feind um, sprich auch mit den eigenen Leuten, dann haben wir jede Menge Orden, jede Menge Buntenmetall. Ich finde es immer wieder cool, solche Sachen zu sehen, also man sich da einen Gedanken gemacht hat, um das einfach nur darzustellen, das ist schon schräg. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Autoren sich auch an Orden und Abzeichen, die bekannt sind, orientiert haben, wie zum Beispiel den Purple Heart von den Amerikanern oder auch was gibt es noch? Bei den Englandern gibt es auch einen für den Orden für das Victoria Cross zum Beispiel. Das bekommt man für außergewöhnlich Taten. Ja, dann hätten wir hier noch so einen Lautsprecher im Adlerkopf-Design, Kartografie-Equipment, Karte, Kompass, Lupe, Tinte. Da hätten wir dann und hier kommen jetzt dann nämlich auch die Formulare. Ich habe was verloren. Ja, ja, schon klar. Wenn ich Neues haben will, bekomme ich das. Notification of Damage Kit. Supply Equipment Request. Also mir fehlt was. Ich hätte es aber gern. Ammunition Request. Ich benötige mehr Munition. Und zwar sind die zu liefern, diese Kisten, an den Ort. Zack, zack, zack. Ja, ja. Füllen Sie mir erst mal die Papiere aus. Wir liegen unter Beschuss. Es ist mir egal. Da hätten wir nochmal Generalmarschall Solar Macharius. Lord Commander sogar hier. Lord Commander Solar Macharius. Und dann kommen wir schon zum Imperial Infantryman's Uplifting Primer. Des imperialen Infanteristen aufbauende Instruktionen. Das ist auch so ein Spezialbuch für mich. Hier unten haben wir sie nochmal alle beisammen. Dan Abnett, Andy Chambers, Graham McNeil, alle haben ja irgendwas mal geschrieben und das wurde dann hier drinnen nochmal zusammengefasst. Hier haben wir auch nochmal die verschiedenen Editionen dieses Buches in Anführungszeichen. Sind Sie auch nochmal drauf eingegangen. Finde ich, ist eine nette, eine schöne an der Seite stehende Information. Und gehen wir rein. Dies hätte auch der Soldat auszufüllen mit all seinen Informationen. Wer bin ich? Was bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Auf welchem Planeten bin ich stationiert? Was für eine Kampagne läuft? Zu welcher Kompanie gehöre ich? Die Kompanienummer, der Watchcode, ich gehe mal davon aus, das ist auch eine Seriennummer, Regimentskommander, Bataillon, Kompanie, Zugführer, Truppenführer, der Name des Kommissars und des Predigers vor Ort. Ja, kann man alles eintragen. Total toll. Ja, und dann ist er irgendwann tot. Und dann wird halt eben dieser Zettel rausgetrennt aus dem Büchlein und wird dann entsprechend ausgefüllt, kommt auf den Bodybag und fertig. Kann man machen, muss man aber nicht. denn Parasense ist fort. Auch hier Propaganda at its best. Was haben wir hier drin? Principals und Regulations. Was haben wir in Ausrüstung und Equipment, die Struktur der Imperial-Armee, Ausrüstung, kenne deinen Gegner. Ein paar der Sachen werde ich jetzt einfach mal überblättern, weil die hatten wir ja in anderen Publikationen schon. Das wird dann einfach zu viel, das jetzt nochmal direkt zu wiederholen. die Kardinals Regeln, sei immer wachsam, bleib immer wach, behalte im Kopf, wie wichtig dein Dienst ist, vergesse niemals die Konsequenzen und dagegen verstößt und denk dran, es gibt den Kommissar. Das ist auch so schlecht zynisch. So, kommen wir zur Ausrüstung. Was kriegt denn so ein Standardsoldat an Ausrüstung? Dazu gehören. Bop, 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 bop. Also diese Ausrüstungsliste, oi, also da ist ein Spind auch mal ruckzuck voll. Cameraseck, Blanket, Sleep Bag, Field Glasses, Gas Respirators, Bare Boot Laces, Dry Rations, Stock Tags, Tent with Pole Rope and Pins, Whistle, Imperial Infantry, Upmill Hifting Primer, also das Buch, das hat er gefälligst mitzunehmen, Tinderbox, Grooming Kit, Ah, hier steht es auch nochmal, das ist ja dann, das war die Waschtasche mit Seife, Trockenbürste, Shaving Brush, Klingen, Zahnbürste, Zahnpulver, also Zahnputzmittel. Herrlich. Und dann hier so eine Explosionszeichnung eines Lasergewehrs mit den verschiedenen Teilen, um daraus auch ein Scharfschützengewehr zu machen. Ja, da hatte man die Idee, das soll ja auch im Hintergrund ein bisschen stehen, dass einige, auf einigen Planeten dann die Waffen wirklich so modular gestaltet werden, dass ich aus einem Grundkörper einfach nur durch den Austausch von zwei, drei Teilen dann wirklich aus einer Waffe einen Scharfschützenwaffen machen kann. Finde ich gut. Wie gehe ich damit um mit den Magazinen? Was kann ich da machen? Es wird hier halt beschrieben, dass man die Lasermagazine, diese Batterien im Notfall auch über ein Feuer aufladen kann. Also man wirft die ins Feuer und durch die Hitze wird dann die Spannung in den Zellen wieder erhöht, aber das verkürzt natürlich die Lebenszeit. Normalerweise soll man die in eine Ladestation stecken und dann werden die über Generatoren geladen oder über die örtliche Stromversorgung. Wie zerlege ich das Ganze? Wie funktioniert eine Handgranate? Wie ist der Aufbau von dem? Entspricht fast den heutigen Handgranaten. Wie setze ich meine ABC-Schutzmaske richtig auf? Unten links? So nicht. Das hier sind dann wieder die alten klassischen Uniformen, wie man sie aus der Second Edition halt kennt. Die alten Zinnfiguren, also auch diese Flak-Weste. Hier wäre dann der Flak-Abwehrstoff oder die Splitterschutzweste in den Mantel eingearbeitet oder unter dem Mantel zu finden. Die Sniper-Variante, da mal wieder. Die Kommandostrukturen. Wo stehe ich eigentlich hier drin? Wir fangen unten an. Trooper, Corporal, Sergeant, Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant, Colonel. Dann gehen wir rüber. Colonel, Major, General, Lieutenant, Marshal, General. Bis hin zum Warmaster. Da weiß ich sofort meinen Punkt, weil es dick und fett hervorgehoben. Ich bin ein Trooper. Hol mich hier raus. Was haben wir da noch so? Other Ranks. Da kommt dann der Kommissar zum Beispiel. Priester der Ekklesiarchie. Die Tech-Priester werden hier erwähnt. Ogren, Seiblinge. Hier hätten wir dann auch wieder die Kommandostrukturen. Und mittlerweile sieht man das auch. Es ist aufgebohrt worden. Ein Platoon, also ein Zug, besteht aus mehr wie nur noch drei Trupps. Mittlerweile bis zu fünf. Und dann kommt der Kommandotrupp. Die schweren Waffen von den Waffenteams haben wir aufgeführt. Hier eine typische Militärkarte. Und hier drüben dann der Kompass. Eine Variante steht dabei. Sie sind nicht standardisiert. Modelle können variieren. Aber Hauptsache, du hast einen. Wie verhalte ich mich auf dem Marsch? Die Kolonne auf dem Marsch. Auch hier anhand von Bildern dargestellt. Im Umgang miteinander. Wie nutze ich Deckung? Scouting Movement and Use of Cover. Brauchen wir nicht weiter darüber reden. Die korrekte Patrouilleinformation. Das sind die Vorläufer. Die werden tatsächlich so genannt. Die vor der Gruppe marschieren. Und die Augen offen halten. Zum Beispiel nach Sprengladungen oder Ähnlichem. Die Gruppe, der Trupp, der sich dann dahinter bewegt. Den Schützenreihe, wie man das hier sieht. Zwei Reihen Infanterie. Die ineinander marschieren. Truppführer mittendrin standen dabei. Dann hier auf dem Weg durch befestigte Anlagen. Also wirklich auch links und rechts an Gebäuden halten, um die als Deckung nutzen zu können. Bei unklarem Gelände sollte man das auch entsprechend einteilen. Und wenn man solche Kriegszonen durchquert, immer unter Schutz der anderen. Wie gehe ich mit Chemie und Biowaffen um? Na, wer von euch glaubt, dass Orks wirklich keuchend an einem ankommen, wenn sie auf einen zustürmen? Dass man die ganz leicht mit dem Bajonett mal eben wegmachen kann. Na? Hands up. Und so überfalle ich den Gegner richtig. Ja, also die Entfernungen sind hier natürlich ein bisschen kurz dargestellt. Ich behaupte mal, der Trupp, der hätte den Flammenwerfer normalerweise vorgeschickt, der hier hinten zu sehen ist. Wenn die so nah dran wären, dann hätten die mit dem Flammenwerfer schon lange die Leute aus der Stellung gebrannt. Wie stürme ich einen Raum? Wie verhalte ich mich hinter feindlichen Linien? Wie verhalte ich mich während des Wurf transits? Überlebenstechniken im Gelände? Na, also dass ich meine Schuhe und so weiter dann entsprechend gegen Feuchtigkeit schützen muss. Dass ich Fallen bauen kann, um kleinere Tiere zu fangen zum Überleben. Oder auch um meinen Feinden zu schaden. Entsprechende Fallensysteme anlegen. Wie bewege ich mich im Nahkampf? Ja, nimm ein paar Kugeln in die Hand, dann wird der Punch ein bisschen härter. Alles kann eine Waffe sein. Bei der Zahnbürste bin ich mir immer noch nicht sicher. Ja, wie werden Truppen eingesetzt? Hier kommen wir dann auf die Panzer und schwere Ausrüstung. Das wird dann zum Beispiel mit Orcs hier verglichen oder mit Eldar. Kenne deinen Feind. Hier kommt dann die Propaganda richtig durch. Der Warboss ist immer das größte und bösartigste Gegner. Er hält die anderen in Linie. Aufgrund seiner Größe ist er natürlich ein leichtes Ziel. Ein Treffer in den Kopf wird ihn wie ein Sachsland fallen lassen. Das will ich sehen. Die Boys sind rank and file, ist klar. Die sind kein Gegner für den tapferen imperialen Soldaten. Und diszipliniertes Feuer in diese Gruppen hinein. Wird ihr miserables Leben beenden. Ja. Natürlich. Das glaubt beziehlich. Nur um nochmal ein paar Beispiele zu bringen. Hier oben steht, Orc weapons are extremely crude and prone to misfires and jamming. Das ist den Orcs egal. Dann kommen sie halt in den Nahkampf und hauen die auf den Kopf. Bei den Tyranniden, der wichtigste Satz. Remember shooting the big ones. Tyrannidenwaffen bestehen aus lebenden Teilen. Die fallen oft auseinander. Das glaub ich nicht. Wie können wir denn so eine Kreatur wie einen Lictor fürchten? Naja, ich sag mal so. Diese Stacheln hier aus der Brust, die feuert er halt raus. Und dann holt sie sich in den Nahkampf. Ich denke mal, da kann man Angst vor haben. So ein Geenstealer ist auch nicht unbedingt gefährlich mit diesem komischen Klauen und den kurzen Beinchen. Ne? Elder Technologie ist antiquiert. Ja, aber sie funktioniert halt noch, ne? Die Elder haben... Elder Craftsmanship is inferior to our own. Ja. Elder Krieger sind Feiglinge. Mit Sicherheit. Ja. Die Xenostry General Considerations. Also der allgemeine Hintergrund zu Aliens. Wie gehe ich damit um? Am besten schießt sie über den Haufen. Das ist so die kurze und knackige Aussage. Da steht es auch nochmal, Biosho, Men of the Imperium. The alien is not worthy of your mercy. Da oben der schwarz hervorgehobene Satz. Alles gleich, da war alles um Ballern. Und da hätten wir dann noch das Gesicht des Mutanten und des Hexers. Auch diese haben ausgerottet zu werden. Na dann viel Vergnügen. Dann haben wir hinten tatsächlich noch ein Kapitel über Feldmedizin. Selbst- und Kameradenhilfe, wie man das auch nennen würde. Wie funktioniert ein Tourniqui, wenn ein Knochenbruch ist, wie schien ich das? Auch hier dann nochmal anhand eines Bildes nochmal dargestellt mit einer Trageschlaufe. Wie bringe ich meinen Kameraden aus der Gefahrenzone? Brandwunden wird nochmal darüber gesprochen. Auch hier werden nochmal verschiedene Krankheitsbilder angesprochen, was man da machen kann. Und dann kommen wir zu einer Abteilung, die finde ich auch recht nett. Inspirierende Reden und Zitate der großen imperialen Helden von Nod Solamaharius über Jarrick. Die wichtigsten Predigten, Prayers, Predigten. Kommt das hin? Mein Englisch ist leider nicht so gut. Ich lasse mich gerne korrigieren. Litanys and Incarnations. Oh, heiliges Lasergewehr, funktioniere bitte weiter. Also sowas in der Art. Auch das findet sich hier. Gebete, Prayers und Gebete, natürlich. Ich hab's wieder. Wir haben es sogar mal fast auf Deutsch übersetzt. Imperialer Lobgesang. Liebe den Imperator, denn er ist die Zukunft der Menschheit. Obey his words, for he will lead you into the light of the future. Wo ist denn mein Lieblingsding? Moment. Die Litanei der, also Prayer of Smiting. Litane to Duty, Rival for Strange. Genau, Litane of the Last Gun. Da unten. To be recitated before firing the last gun. Da oben haben wir's. Bring her off, Dad. Speak your name for you and my life and a false dead. Also ich glaube nicht, dass jeder Soldat das jedes Mal, wenn er die Waffe abdrückt, vorher raushaut. Vielleicht zum Morgenfrühs. Und dann ist gut erstmal für den Rest des Tages. Oder wenn ich die Waffe entlade. Mention in spirit, forgive my actions. Soon you shall be whole again. Ich find das echt knuffig. So, und dann sind wir auch schon durch. Was gibt's über dieses Buch zu sagen? Es ist halt auch wieder so ein schönes Supplement. Moment, welches für mich die Imperiale Armee und auch das Wormer 40.000 Universum lebendiger macht. Ein Faksimile. Wie gesagt, ich kann GW nicht verstehen, warum die solche Sachen in so stark limitierten Zahlen raushauen. Natürlich, sie sind dann alle aus dem Lager los. Aber gerade für die Veteranen, Spieler, so wie mich. Also ich, wie gesagt, ich bin seit 1995 im Hobby. 94 sogar. Seit 94 im Hobby. Sind solche Sachen Gold wert. Ich sammle sowas und hab da meinen Spaß dran. Und wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass die solche Sachen nicht ein paar Wochen, Monate auf Halde produzieren. Ich sag mal 50.000 Stück. Ich weiß, die zahlen halt nicht. Und das dann über ein Jahr abverkaufen. Und dann sagen bei Bedarf, Print on Request. Das machen sie ja mittlerweile über die Black Library so alle drei Monate mal. Über bestimmte Romane, wenn die mal wieder aus sind. Das hätte ich gern auch für solche Sachen. Weil dann bleibt diese Welt für uns lebendig. Und auch andere, die jetzt nicht so tief drin sind, haben die Chance mal an solche Produkte ranzukommen. Ist wie es ist. Wir müssen damit leben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche euch soweit noch einen schönen, angenehmen Tag.